Hallo Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rayman 3! Ich sehe da schon den ersten Gegner. Den müssen wir voll verhauen! Okay, das ging schnell! Eine neue Rüstung? Cool! Was kann dir? Ein Raketenwerfer? Ah, ich muss, glaube ich, viele voller Hit-Node. Okay, mach ich mal. Nein! Nein! Komm schon! Ah, das ist eben... ...folgen die komische Steuerung. Hat es dir Spaß gemacht? Können wir jetzt gehen? Schichtumkehung. Okay, Wortenheim. Ja. Fängt ja schon mal gut an. Bleib ruhig! Du kannst das nicht besser. Oder doch? Ich weiß schon, dass ich mich lächelig mache. Ja! Zwei haben wir schon. Du bist der Beste! Bleib nur noch einer. Und der ist... ...hier, oder? Okay. Fängt schon gut an. Sag ich ja nur so. Komm schon, mein Gamer! Halt du die Klappe dort hinten! Ich krieg dich noch! Okay, ich muss schneller reagieren. BAM! Das war keine Sekunde zu früh! Das war keine Sekunde zu früh! Das war keine Sekunde! Geht doch! Ich mach mal da rein! Eine rotes... Oh! Eine rothe Rüstung? Cool, cool... Da hoch, los! Ah, schön, Rayman! Gut, machst du das! Wollen wir noch ne Rüstung und... Okay, geht doch! Hey, was müssen wir hier machen? Hat sie eine Tür, die wir vernichten müssen? Okay, nützen wir jetzt nicht! Ich muss wieder die coole Rüstung holen! So! Komm, Rayman! So, los! Uh, das sieht kompliziert aus! Was ist denn das für eine, ey? Äh... Nein, darf doch nicht wahr sein, los! Du bist mein Schild! Du, 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 du... Ausgewichen! 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 Geht doch, darf nicht wahr sein! Nicht fehlen! Nicht fehlen! Los, los, los! Hey, der kann das ausweichen? LOL! Du bist mein Schutzschild! Du bist mein Schutzschild! Cooler Schutzschild! Der kann doch nie sterben, der... Nee, ich... Ich geh... Ich, Idiot, lauf noch hinein! Wie intelligent ist das denn? Okay! Okay! Lauf doch dorthin denn! Okay, ich... Ich fehle hier! Wie noch nie? Ich hol mir, glaub, die Superrüstung! Und dann verhau ich die! So, hol mir die Superrüstung und verhau die! Mal ganz nice! Die Melodie ist cool! Wo ist der Lappen? Nirgends ein bisschen Leben! Hey, da hinten ist noch einer! Ich hab dir nichts getan! Ich hol wieder die Rüstung! Die rote Rüstung... ...des Graunes! Ich... ...wenn ich geh zum Alten! Ich schwör, ich fehle nur! Hä? Das dürfte ja eigentlich gar nicht überleben! Ohhh, ich brauch Leben! Ich brauch Leben! Einschlag und ich bin tot, oder? Oder? Geht doch! Puh! Das war knapp! Hier irgendwo hat's Leben, oder? Ja! Hier! Ein bisschen Leben würde mir... Nicht schaden! Ja, ja, Mann, komm! Ich mach's ja! Spider-Man! Oh, Baby, beginn sich kurz! Ja! Okay! Falscher Knopf! Falscher Knopf! Ja! Hier hat er nur Rüst... Super Rüstung! Cooler Rüst! Okay! Nicht! Ich verfehle dich eigentlich immer! So! So! So, jetzt richtig! Hat's hier Leben? Hat's hier wenigstens ein bisschen? Hm, ich weiß! Ne! Wo sind wir jetzt hier? Wo müssen wir jetzt hin? Hey, da ist ja einer! Das sind mehr als einer! Ey, Jungs! Jungs! Ich werde sterben! Los rein! Nein! Hm, ne! Mit ein bisschen Glück müsste ich es jetzt schaffen, aber... Ich hab kein Glück! Ey, hinten hat's Leben! Cool! Holen wir Leben! Holen wir Leben! Holen wir Leben! Okay, geht doch! Nice! Verledigen wir die... Die Kamera geht mir auf die Nerven, ey! Okay, der ist kleiner! Dort oben ist noch einer, ha? Komm mit! Wie nice! Dort hinten muss ich wieder leben! Cool! Okay... Jetzt habe ich noch so einen... Tornado-Werbel... Werbel... Oder will ich... Okay, geht doch! Haben wir ihn! Ah! Was ist denn das für einer? Mein Gott! Was ist denn das für einer? Mein Gott! Eben! Ja, immer! Oh, Zio! Was muss ich jetzt genau machen? Ein Typen! Hey, da hinten ist einer! Oh... Okay... Okay... Okay, geht doch! Okay, falsche Seite! Falsche Seite! Aha! Ich habe eine Idee! Mit diesem Typ gibt es so eine Rakete! Mit dem muss ich es lenken! Genau! Und der... Genau! Ich bleib hier! Kann er mich hier kriegen? Okay... Okay... Ich bin ja hier! Relax ein bisschen! Okay... Voll auf ihn zu! Voll auf ihn zu! Geht doch! Haben wir ihn erledigt! Der trinkt wieder Traubensaft! War doch klar! Ja! Okay... Der muss immer wieder Traubensaft trinken! So ein Trottel! Egal! Nein! Ihr Hunden... ...hat solche Kisten! Die haben bestimmt Leben drin! Oder Leben! Ja! Einfach irgendwas! Leben wird! Gar nicht so schnell! Okay! Ich hab's noch geschafft! War knapp! Komm, Leben! Nochmal! Sieh! Ein bisschen Leben haben wir bekommen! Wenigstens etwas! Okay! Hier haben wir nochmal ein bisschen Leben! Hier nochmal ein bisschen! Oh! Das wäre jetzt glaube ich ein... Hier ist einer! Hier! Hat mich der... Der dort hinten gesehen? Der dort hinten hat mich gesehen! Geht doch! Haben wir ihn auch! Gibt's hier noch mehr? Ja! Ich hoffe mal nicht! Ja! Wir müssen da hoch, oder? Gibt's hier was Spannendes? Wir müssen da hoch! Ja! Hey! Geht da hoch, Raymond! Los! Nicht failen! Das macht man nicht! Der Typ failed! Kommt zu lang! Muss... Aha! Dort oben ist noch einer! Was sind denn das für Freaks? He! Aus der Drehung noch! Haha! Los! So ein Lappen! Okay! Hoch mit dir! Okay! Ha! Wieder das... Das komische Gitter! Das cool ist! Eine Falte! Hahaha! Dann haben wir jetzt cool gekillt! Gibt's noch einen? Wo denn? Ah! Da! Komm schon! Ne! So ein... Komm her! Lass dich mal kriegen! Geht doch! Vielleicht gibt's hier Leben! Vielleicht doch nicht! Nicht! Hier gibt's... Kohle! Geld! Ah! Hier oben gibt's hier Leben! Oh! Ich bin nur am Leben holen! Ah! Ich hab jetzt schon volles Leben! Ist ja cool! Weniger Sorgen! Hä? Hä? Ist nicht gerade die Falltür auf? Hä? 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 Vielleicht versteh's nicht! Geh ich wieder mal da hoch? Aha! Oh! So! Okay, jetzt sind die coolen Teiler! Geht doch! Oh! Okay, und das ist... Eine neue... Eine neue Rüstung? Hä? Okay, Leute! Bevor wir durch diese Tür machen... Bin ich dafür, dass wir einen kleinen Schnitt machen? Ja! Wir machen einen Schnitt und ich sag... Ja! Wir machen einen Schnitt und ich sag... Wir machen einen Schnitt und ich sag bis zum nächsten Mal! Wir machen einen Schnitt!